Ja, viele Fragen, die uns hoffentlich Gesundheitsminister Rudolf Anschober nun live hier im Studio beantworten kann. Danke fürs Kommen. Sehr, sehr gerne. Schönen guten Abend. Herr Minister, die zugleich praktische als auch wichtigste Frage zuerst. Wo finden wir denn ab Freitag diese Ampel? Wir werden am Freitag eine eigene Homepage vorstellen. Wir werden eine eigene Pressekonferenz machen. Wir werden die Medien einladen, über die Ampel und die Ampelfärbungen und über den Hintergrund zu informieren. Denn es soll ein Transparenzschub werden. Es sollen alle Informationen und Empfehlungen auf den Tisch kommen. All das erfahren wir am Freitag. Ist das nicht ein bisschen knapp, wenn wir dann am Montag schon wissen müssen, woran wir uns halten, wenn die Ampel auf eine Farbe umspringt? Ja, wir werden natürlich einen Übergangszeitraum jeweils bei den Maßnahmen verankern. Das muss ja auch rechtlich verankert werden. Es müssen sich die Menschen vorbereiten können. Das heißt, da wird es keine Ruckpolitik über Nacht geben, sondern schon einige Tage Vorlauf, damit man sich gut darauf einstellen kann. Aber wie viele Tage habe ich Zeit? Am Freitag erfahre ich immer, wie schaut es in meinem Bezirk aus? Wie lange ist das? Wir gehen von einer Woche aus in Richtung Umstellungszeitraum, damit das eine gute Vorbereitung ergeben kann. Das Entscheidende ist ja, wir arbeiten jetzt faktenbasiert. Es gibt klare wissenschaftliche Grundlagen, eine klare Dokumentation und Analyse. Und so ein Ampelsystem, wie wir es jetzt haben, breit aufgestellt, nicht quantitativ, sondern qualitativ, gibt es in der Form nirgendwo in Europa. Jetzt sagt ja selbst der Bezirkshauptmann von Christkirchen. Er weiß nicht, was passiert in seinem Bezirk, wenn am Freitag die Ampel von Grün auf eine andere Farbe, es gibt eben Gelb, Orange oder gar Rot, umspringen sollte. Sind diese Maßnahmen überhaupt schon fertig? Ja, die Maßnahmen sind weitestgehend fertig. Donnerstag gibt es die nächsten Sitzungen, Freitag dann den nächsten Schritt in die Öffentlichkeit. Und selbstverständlich wird tagtäglich, es wurde ja auch im Beitrag sehr richtig kommuniziert, daran gearbeitet, dass es die letzten Feinjustierungen gibt. Das ist ein Riesenprojekt, das brauchen wir aber, um uns gut vorzubereiten auf diesen durchaus schwierigen, herausfordernden Herbst. Offenbar kennen aber die Bezirkshauptleute selbst diese Maßnahmen noch nicht. Wie wird das dann sein? Springt eine Farbe um, also die Ampel um auf eine Farbe? Gibt es dann automatisch Maßnahmen, also Bezirk springt auf Gelb, dann tritt Maßnahme 1, 2, 3 in Kraft? Oder können die Länder die Bezirkshauptmannschaften aus einem Katalog auswählen? Es wird so aussehen, dass wir nach vier Indikatoren, eben nach der Zahl der Testungen, den Ansteckungsfällen, Positivtestungen, die wir vorliegen haben, der entsprechenden Clusteranalyse, wissen wir, von wo die Ansteckungsfälle kommen und der Kapazität der Spitäler eine Gesamtbewertung Österreichs und aller Länder und Bezirke durchführen. Auf Basis dieser Analyse gibt es eine Empfehlung an mich seitens der Kommission, was die Ampelschaltung betrifft. An die werde ich mich selbstverständlich halten. Und der nächste Schritt ist, dass es durch die Kommission konkrete Empfehlungen für Maßnahmen gibt. Diese Maßnahmen werden mir vorgeschlagen, dort wo es um die Bundeszuständigkeit gibt, dort wo es um zentrale Kernaufgaben und Nasenschutz und anderes gibt. Und in anderen Bereichen, weiteren Bereichen, werden die Landeshauptleute für die Umsetzung von Empfehlungen zuständig sein. Sie sagen es selbst, Herr Minister, es ist eine Empfehlung und somit eine politische Entscheidung. Das heißt aber, anders wie bei der Verkehrsampel, wo wir alle wissen, Rot bedeutet ausnahmslos Stopp, kann es sein, dass zum Beispiel bei der Farbe Orange in einem Bezirk andere Maßnahmen gelten wie in einem Bezirk in einem anderen Bundesland? Also die Empfehlungen werden veröffentlicht, das ist einmal ein Punkt. Und ich habe die Landeshauptleute Österreichs in den letzten sechs Monaten, gerade was die Pandemie betrifft, sehr, sehr gut kennengelernt. Und ich bin total überzeugt davon, dass diese Landeshauptleute das auch umsetzen werden, was die Kommission empfiehlt. Ja, mehr noch. Ich glaube eher, dass es möglich ist, dass sie eher verschärfen werden, breiter, präziser werden. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass das ein Prozess ist, der uns mehr Sicherheit gibt und vor allem mehr Transparenz gibt. Das klingt jetzt sehr hoffnungshoch, aber wie wollen Sie das denn sicherstellen, auch rechtlich sicher, dass in einem Land, denken wir Bundesland, an den Wintertourismus, in dem Bezirk, da gibt es ja wirtschaftliche Interessen. Da wird sich ja niemand freiwillig auf Rot stellen lassen. Na ja, schauen wir uns doch an, wie in Österreich reagiert wurde. Ja, in Österreich waren wir weitgehend, das muss man ganz offen sagen, aber wer konnte das auch erwarten, dass die schwerste Pandemie seit 100 Jahren kommt. Wir waren weitgehend unvorbereitet. Dann hat es eine schwierige Anlaufphase gegeben. Ende Februar, Anfang März, Stichwort Ischgl, ja. Da hat es Bannen gegeben, da hat es Fehler gegeben. Wir waren alle noch nicht so perfekt eingestellt. Und dann hat Österreich hervorragend reagiert. Deswegen haben wir auch bei den wichtigsten Indikatoren, das sind die Todesfälle, vergleichsweise wirklich eine ausgezeichnete Bilanz. Das ist doch das Entscheidende. Und ich habe damals die Erfahrung mit den Landeshauptleuten gemacht, dass sie sehr, sehr genau wissen, dass auch Sie, so wie ich, so wie der Bundeskanzler, für den Schutz der Bevölkerung zuständig sind. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Gut, jetzt sind Sie auf den Goodwill aller Politiker, verantwortlichen Politiker vom Land bis zu den Bezirkshauptmannschaften angewiesen, Herr Minister. Aber ist das Ziel dann eigentlich nicht verfehlt? Man wollte eigentlich eine simple, sehr klare Ampel, einen Überblick für uns Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt kommen wir das eher so vor wie ein Fleckerlteppich, weil eine Maßnahme von einem Bezirk trotz der gleichen Farbe variieren könnte. Naja, weil halt auch die Infektionssituation in einem Bezirk selbst sogar unterschiedlich sein könnte. Denken wir an große Bezirke in Niederösterreich zum Beispiel, die grenzen an Wien an, haben eine ähnliche Siedlungsstruktur sogar noch, eine starke Verdichtung und damit ein erhöhtes Risiko wie in Wien und manche reichen bis ins Gebirge hinein. Da ist es selbstverständlich, dass es auch unterschiedliche Maßnahmen sogar in einem Bezirk im Extremfall geben kann. Und machen Sie sich keine Sorgen, auf Bundesebene ist die Bundesregierung für die Umsetzung zuständig. Ich selbst werde dafür sorgen, dass die Umsetzung passiert. Also man kann sich darauf verlassen, dass Empfehlungen der Fachexperten dann auch Wirklichkeit werden. Weil Sie gerade die Bundesregierung ansprechen, die natürlich dafür zuständig ist, da kennt man sich derzeit nicht aus. Also uns steht ein sehr harter Herbst bevor. Der Bundeskanzler hat gestern gesagt, für den morgigen Ministerrat könnten oder könnte es Verschärfungen geben, was die Maßnahmen betrifft. Sie haben heute gesagt, bei den Großveranstaltungen, da gibt es ja seit heute Lockerungen, also bis zu 10.000 Menschen in einem Fußballstadion, 5.000 bei Indoor-Veranstaltungen, da schauen Sie sich an. Das klingt jetzt ein bisschen gegensätzlich. Worauf müssen wir uns einstellen? Ich weiß, dass die Medien immer ein Interesse daran haben, da ein bisschen einen Disput zu sehen, den gibt es nicht. Ja, aber wird es morgen Verschärfungen geben, Herr Minister? Ich bin gerade jetzt zwei Stunden mit dem Bundeskanzler in der nächsten Arbeitssituation gewesen. Das funktioniert hervorragend. Wir arbeiten gut zusammen. Wir haben ja auch das Land bisher wirklich gut durch diese schwere Krise durchgebracht. Und die Analysen werden bestimmen in der Kommission, was zu tun ist. Ich vertraue da wirklich auf die Fachleute. Das ist das Entscheidende. Und morgen werden wir uns sehr präzis ansehen und kommunizieren, was der Herbst bringen wird. Denn entscheidend ist ja, das ist jetzt eine neue Phase, in die wir eintreten. Es wird schwieriger, wenn es kühler wird, sind wir in den Räumlichkeiten drinnen. Und wir alle wissen, dass dann das Ansteckungsrisiko steigt. Machen wir es konkret, Herr Minister, eine Ausweitung der Maskenpflicht auf alle Innenräume. Wird es die geben? Wird die kommen? Die kann dann kommen und wird dann kommen müssen. Und die sind in unserer Liste der Maßnahmen entsprechend der entsprechenden Ampelfarben enthalten. Aber wenn das epidemiologisch erforderlich ist, das wird dann eine Empfehlung der Kommission. Weil die Kommission in ihrer Analyse zum Beispiel feststellt, in Bundesland XY haben wir eine Situation, die nicht mehr so gut kontrollierbar ist, die sich verschärft, die riskanter wird. Und dann kann die Maske zum Beispiel eine Antwort darauf sein. Regional, aber nicht bundesweit? Kann auch bundesweit sein. Okay. Je nachdem, wie der Bedarf aussieht. Das heißt, wir sind flexibel. Aber es wird ein absolut transparentes, offenes System. Ein wirklicher Transparenzschub in dieser Frage für Österreich. Jetzt haben Sie gesagt, wir sollen nicht überrascht sein am Freitag, wenn es keine Risikofarben in Bezirken gibt. Also Rot wird es wahrscheinlich nicht geben, Orange oder gar Gelb. Sind dann ab Freitag alle Bezirke in Österreich grün? Das werden wir sehen. Ich kenne die Ergebnisse der Kommission noch nicht, weil sie noch nicht gedacht hat dazu. Sie ist jetzt in der Vorbereitungsphase. Ich weiß, dass da die Drähte bereits sehr, sehr glühen. Und wir werden am Freitag dann das Ergebnis auf den Tisch kriegen. Ich verpflichte mich, dass ich die Ergebnisse der Kommission auch umsetze, in meinem Zuständigkeitsbereich. Und ich vertraue wirklich darauf, dass wir jetzt einen großen Schritt nach vorne gemacht haben, durch die Transparenz und durch das Experten-Know-how, das immer in diesen Prozessen verankert ist. Herr Minister, für all das brauchen Sie eine rechtliche Grundlage. Die gibt es aber bekanntlich noch nicht, sondern eher viel mehr Kritik. Ab wann kann denn dann die Ampel wirklich rechtsverbindlich gelten? Wir haben derzeit erste Bereiche, und zwar wesentliche Bereiche, die wir bereits verankern könnten am Freitag, wenn der Bedarf da ist. Zum Beispiel den Mund-Nasen-Schutz. Den können wir weiter ausbauen als eine mögliche Maßnahme, um ein Beispiel zu nennen, die unmittelbare, umfassende Verankerung der Ampel wird es aber mit dem neuen Covid-Maßnahmengesetz geben. Und das, so hoffe ich sehr, wird in der nächsten Nationalratssitzung in zweieinhalb Wochen beschlossen werden. Ich habe das auch immer angekündigt. Der umfassende Arbeitsbereich, die Arbeitsfähigkeit der gesamten Ampel mit allen rechtlichen Implikationen und umzusetzenden Maßnahmen wird dann spätestens aus meiner Sicht, wenn die Opposition mitspielt und der Nationalrat die Entscheidung in diese Richtung gibt, dann wird das spätestens Ende September Realität sein. Bis dahin sollte dann die massive Kritik aus dem Weg geräumt sein. Es ist nicht das erste Mal, dass Ihr Haus massiver Kritik, was die rechtlichen Grundlagenverordnungen betrifft, ausgesetzt ist. Da haben Sie sich heute schützend vor die Beamten gestellt und gesagt, kritisiert mich. Gemessen werden Sie aber, Herr Minister, an Ihrer Verantwortung. Und da holen Sie sich erst jetzt Hilfe von einem sogenannten Expertenrat. So ein Gremium gibt es, dem Verfassungsdienst, dem Bundeskanzleramt. Vertrauen Sie dem nicht? Doch, dem vertraue ich absolut, dem Verfassungsdienst. Und wir arbeiten wirklich hervorragend zusammen. Das funktioniert top. Und darauf verlassen wir uns auch ganz stark. Aber ich bin schon der Typ, der weiß, da gibt es hervorragende Persönlichkeiten im Bereich der Justiz, die sich angeboten haben, dass sie sich auch einbringen. Und das ist das Beste. Wir haben einen Expertenbeirat, einen Fachbeirat für Gesundheitsfragen. Und ab sofort wird es diesen Expertenfachbeirat auch für die Rechtsfragen geben. Das ist eine gute Absicherung, eine zusätzliche. Und wissen Sie, wir haben 144 Rechtsakte seit Beginn der Pandemie verankert. Wir haben 91 Verordnungen verankert. Und bei drei hat es Kritik gegeben. Wir sind drei zu viel. Aber dennoch, man muss schon sehen, welche unfassbare Arbeitslawine auf die Juristen des Hauses dazugekommen ist. Drei, die dennoch das Vertrauen in den Rechtsstaat strapaziert haben. Uns rennt die Zeit davon. Daher noch die wichtigste Frage zum Schluss. Sie stellen sehr optimistisch schon für Jänner eine erste Tranche, eine erste Impfung gegen Covid-19 in Aussicht. Jetzt ist klar, es gibt nur 300.000, also 600.000 Dosen für 300.000 Menschen. Vorrang hat Pflege- und Gesundheitspersonal. Wer kommt dann dran? Der, der als erster dort ist, in der Apotheke oder beim Arzt oder Risikopatienten? Nein, es wird ein klares Programm, eine klares Strategie geben, je nachdem, welcher Impfstoff mit welchen Qualifikationen für welche Zielgruppe wann fertig ist. Mein Ziel ist, dass alle Interessierten in Österreich, und ich gehe davon aus, das werden über 50 Prozent der Bevölkerung sein, dass alle Interessierten in Österreich bis Sommer des kommenden Jahres geimpft sind. Da sage ich danke fürs Kommen, Herr Minister. Danke Ihnen.